Willkommen zurück bei Stranger Deep. Nicht wundern, dass es jetzt einfach mitten drin losgeht. Ähm. In dieser Folge werde ich versuchen, das alles so zusammenzuschneiden. Oder wenn es beim ersten Mal klappt, dann beim ersten Mal. Dass wir The Greater Buyer besiegen. Ich weiß nicht, wie viele Schnitte jetzt kommen. Würde ich das jetzt nochmal anfangen muss. Ist doch schon mal viel Spaß. Und dann schauen wir mal, wie es wird. So, dann wollen wir ihn doch mal antriggern. Ich jetzt gerade noch nichts erkenne. Das hätte schon aufgetaucht. Ich glaube, hier bin ich noch nicht richtig angetriggert. So. Ja, jetzt. Nein, das war daneben. Äh, ach da. Das hat mich jetzt natürlich gleich packt. Das ist natürlich ein Traum. So. Das hat mich jetzt. Scheiße. 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 Oh, yeah. Schleif. Schleif. Nein! Oh, dass er jetzt rumdreht. Schleif. 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 Wow! Ach, er kann da durchspringen. Das ist natürlich sehr interessant. Schleif. 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 Hä? Ich bin doch gerade aufs Seite gegangen. Schleif. 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 Hä? Äh. Äh. Schleif. Schleif. Das war jetzt interessant. Schleif. Schleif. Nein, nein. Nein, nein. Aber ich nicht. Schleif. 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 Jetzt geht er wieder an, lauf. Und ich muss einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Aufheben. Aufheben. Sehr gut. Gut, dass ich da ins Boot reingeschossen habe. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte ihm volle Breitseite gegeben. Ich habe ihn da. Ich bin 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 da. Das war's für heute. Oh oh. Oh oh, wenn der jetzt so aus sollt. Schlipp. Schlipp. Alter, ist das schnell. Schlipp. 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 Ich höre ihn noch irgendwo. Was soll er denn jetzt sein? Ich höre ihn noch. Er ist extrem schwer zu sehen. Ich höre ihn noch. Na komm, wo bist du? Ich höre ihn noch. 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 Aber irgendwie war das nicht so der Fall. Ich höre ihn noch. 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 Der Speer hat er nicht rein. Achso, weil der in die Waffe geladen ist? Ne. Ist das ein Tool? Ist aber im Quack. Ist egal. Ist egal. Achso, den dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Wahrscheinlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, äh, nein. So. Toll, das ist ein verbuggter... Moment. Wenn ich zwei Stück hab, schieße ich dir halt einfach... Moment. Ah, nicht genug Platz. Nein, das will ich bei mir behalten. Jetzt hab ich, glaub ich, einen Bug getriggert. Ach, der Folge ist ja schon längst wieder vorbei. Die Kartoffeln packen wir mal da rein. Ne, die hab ich ja so dabei. So. Dann speichere ich jetzt ganz dringend. Und dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Sven at Deep. Ciao.